Debi, komm! Was hast du denn da? Zeig mal, komm! Was ist los? Haiangriff! Bald ist er da. Barracuda. Hol mich raus hier! Mike, hierher! Den ganzen Sommer in diesem Kaff. Was tust du denn hier so den ganzen Tag? Naja, ich streue ein bisschen im Knast rum. Der geheimnisvolle Unterwasser-Thriller. Barracuda. Keiner bemerkt die Gefahr. Sie blöde Kuh! Das haben Sie doch mit Absicht gemacht! Was soll das heißen? Was soll das heißen? Es tut mir leid! Freundliche kleine Stadt. Das war's auch immer. Keiner spürt die Veränderung. Barracuda. Der geheimnisvolle Unterwasser-Thriller. Papa! Da ist was Merkwürdiges am Strand passiert! Guck dir das an, Flood. Sieht aus, als ob die Fische gebissen worden wären. Meinst du, vor sowas wollte uns der Biologe vielleicht warnen? Du, Edna! Ist der etwa frisch? Frisch? Du hast ja noch nie frischen Fisch gekriegt. Barracuda. Bedrohung aus dem Dunkel des Ozeans. Eine Warnung aus unerforschter Tiefe. Oder die Tat unbekannter Kräfte. Wer löst das Rätsel um Barracuda? Sieht doch übrigens das Oberteil aus, hä? Lass die Hände weg, du Pferde! Lass das Mädchen in Ruhe! Hä? 13. Angestellte. Barracuda. Dieser Film lässt sie zusammenfahren. Also, wie zum Teufel kommen diese Chemikalien ins Abwasser vom Werk? Und haben die vielleicht eine Wirkung auf die Fische? Nein, natürlich nicht. Was willst du denn? Ich war so einsam. Du hast sie nicht alle. Ich weiß, was ich tue. Wenn dein Vater uns findet, erschießt er mich. Dann sei bitte ein bisschen leiser. Der Biologe ist zurückgekommen. Er weiß es. Wir kümmern uns um ihn. Barracuda. Eiskalte Action und missbrauchte Macht und mysteriöse Anschläge. Mein Gott, Tobi! Tobi! Sie waren das, aber sie sind doch... Barracuda. Der geheimnisvolle Unterwasser-Thriller. Schon bald bei Ihnen. Barracuda. Wahrt Above, es war mehr? Mr.